Neuheit über Neuheit, auch am Stand von Nextorch gibt es ein neues Produkt und spannendes Zubehör für ein bestehendes Produkt. Was das aber genau ist, das bekomme ich jetzt genau präsentiert von dir. Und bevor wir starten, stelle ich einmal bitte selber vor. Ja, mein Name ist Peter Koch. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Nexos Deutschland. Habe die Firma vor einigen Jahren, ich muss nicht falsch in die Kamera sagen, vor zehn Jahren oder was, gegründet. Ihr seid aber schon lange dabei, ne? Wir sind schon lange dabei, haben die letzten Jahre uns, ich denke mal, ein wenig vergrößert, sind hauptsächlich der behördliche Ausstatter der deutschen Polizei, nicht aller Bundesländer, aber der meisten, der Bundespolizei, Bundeswehr etc. pp. So bin ich tatsächlich zu meiner ersten Lampe von euch gekommen, weil ich für jagdliche Einsatzzwecke eine gute Lampe suchte und jemanden gefragt habe, der aus dem behördlichen Sektor kommt, was der denn so dienstlich nutzen würde oder generell gerne nutzt. Und dann sagt er, okay, guck dir mal die Marke an, da ist genau das passende Produkt für dich dabei. Welches ist es geworden? Also jetzt aktuell mein Favorit ist die TH30, auch mit ein bisschen Zubehör, mit dem erweiterten Griff als Beispiel, weil auch das wieder ein Fangschuss-Situation sehr, sehr interessant ist. Ja, aber kommen wir später zu. Kommen wir später zu, genau, weil die TH30 ist ja quasi auch, hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Die hat sich weiterentwickelt, wir haben ja, wir versuchen natürlich immer alles ringsum abzubilden. Bei uns hat jede Lampe ihr eigenes Konzept und ihre eigene Daseinsberechtigung, weil die sagen, oh, noch eine neue Taschenlampe, ja klar, weil die Anwendungsbereiche sind halt unterschiedlich. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel die Backup-Lampe, die TH20 rausgebracht zur TH30C-Serie und die TH30C-Max, für die 1.600 Minuten nicht genug war. Aber, nun gut, möchte ich nicht darauf weiter eingehen. Haben wir letztes Jahr vorgestellt, dieses Jahr ganz neu auf der Enfostec und jetzt auch auf der IWA. Also das weiß ich mal präsentieren, wie du siehst, hier ist noch nichts gebrandet. Die ist noch so neu, die kommt gerade aus dem Berg, dass wir nicht mehr Zeit hatten, irgendwie unsere Marke oder auch den Produktnamen draufzuläsern. Ist die TH31, das vertue ich mich schon selber. Gleiches Grundkonzept, sage ich mal, was die Bedienung angeht. Gleiches Grundkonzept, und zwar ist das das Konzept von der TH30C-Max und der TH20. Das heißt, ich habe eine Lokstellung, da funktioniert der Schalter nicht, wenn ich sie jetzt im Grundsatz transportiere. Für die Hosentasche ist sie offen gestanden, ein bisschen zu groß. Und der TH30C-Max und der TH20, das heißt, Lokmodus von der TH20, den Schalter von der TH30C-Max, genauso wie den Drehring. Wenn ich die jetzt ganz stumpf einmal rüber schalte, habe ich den taktischen Modus. Ja. Achtung, ich war da gerne vor, weil dieses Beast hat 10.000 Lumen. Wahnsinn, das ist eine Ansage. Ganze vier LEDs werden da befeuert, hat ganz clever gelöst auch ein Sensor drin. Das heißt, wenn sich etwas davor befindet, regelt sie sofort drunter. Bei der Stärke sinnvoll, ja. Damit nichts passiert, damit man sich nicht verbrennt oder halt, dass man nicht auch nicht zu stark geblendet wird. Jetzt sehe ich auch noch Punkte. Hat natürlich den Ring aus Titan dabei, plus den Glasbrecher der TH-Serie. Und was auch ganz schön ist, die Ladestandsanzeige. Die Leute sind durchgängig blau, heißt, 100 Prozent, ab 75 Prozent beginnt sich dann blau zu blinken. Ja. Rot, 50 Prozent, unter 25 Prozent beginnt sich rot zu blinken. Schönerstens dann sollte ich mal laden. Ja. Abweichend von der ganz anderen TH-Serie haben wir jetzt doch uns dazu entschlossen, hier einen USB-C-Anschluss einzubauen. Ja. Wer uns kennt, weiß, normalerweise befindet sich der Ladenanschluss am Akku der TH-Serie. Hat ganz einfach den entscheidenden Grund. Hier kommt ganz gerne mal Schmutz rein, Wasser, Dreck, dann funktioniert die Lampe nicht mehr und so bei der TH-Serie einfach neue Batterien rein und das Einsatzmittel ist nicht kaputt, sondern man muss nur die Batterien tauschen, Akku austauschen. Ist wesentlich kostengünstiger als die Lampe einzuschicken, weil wenn der USB-Pod kaputt ist, ist das kein Garantiefall. Ja. Und jetzt kommen wir zur letzten Schalterstellung. Ich habe einen Duty-Modus, das heißt, ich habe sämtliche Leuchtstärken. Jetzt kann man es auch verwenden, weil man kann es durchschalten. Also sie fängt in den kleinsten Modi an und dann kann ich sie hochschalten. Das Ganze, wenn man mal das Gehäuse betrachtet, wurde noch mal ein bisschen veredelt von der Oberfläche, kommt auch in diesen matt-schwarz mit Clip einen Ring, gibt es und wird es für diese Lampe auch nicht geben, weil das ist in dem Anwendungszenario. Aber ich finde das allein schon, es gibt so ein paar Standards, sage ich mal, die für mich eine gute Taschenlampe haben müssen. Das ist zum Beispiel immer auf der kleinsten Stufe anzufangen. Ich finde, das haben einige Hersteller wirklich falsch gemacht. Da merkt sich die, den letzten Betriebsmodi oder sie startet auf der hellsten Stufe, ist für mich, wo ich auch viel im jagdlichen Kontext unterwegs bin, das heißt, ich brauche meine Lampe ja, wenn es eh stockduster ist. Ich habe mich vielleicht sogar an die Dunkelheit gewöhnt, jetzt brauche ich das bisschen extra Licht und dann hast du da irgendwie beim ersten Druck schon volle Pulle. Und hier hast du ja tatsächlich sogar noch die Möglichkeit, das in dem Sinne umzuschalten. Habe ich den taktischen Modus für eine Pulle oder habe ich... Ja, weil taktisch ist immer, es muss einfach instinktiv bedienbar sein, ohne Schnörkel, weil Szenario ganz einfach, ein Polizist ist auf der dunklen Straße unterwegs, hört hinter sich was und dann wird die Lampe einschalten und die startet in... Genau. Nunleit. Er braucht die volle Power, genau. Oder als Leselicht. Ja. Bitte, was soll denn das, wenn man dann umdenken muss oder aber, es wurde sich der letzte Modi gemerkt, ist das nicht praktikabel für den Einsatz. Deswegen unterscheiden wir uns auch ganz deutlich von anderen Herstellern. Wir bauen keine Taschenlampen, wir bauen Einsatzmittel. Ja. Oder halt Jagdlampen, um die Brücke zu schlagen, zu den anderen Thematiken. Jede Lampe hat ihr eigenes Konzept, wo wir auch hinter stehen können und was wir auch vertreten können. Super. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Das ist jetzt die Überleitung. Genau. Das ist das nächste Thema. Genau. Weil meine heißgeliebte TH30 hat noch ein bisschen Zubehör bekommen. Genau. Wir haben letztes Jahr, Anfang des Jahres, die TH30C, C für Charlie, dritte Generation, rausgebracht, hat dann auch den USB-Port am Akku und 1600 Lumen, variabliche Stroboskop-Funktion. All den ganzen Schnickschnack möchte ich jetzt auch gerne nicht so weit drauf eingehen, weil es ist keine Neuheit. Genau. Was neu ist, es gab bei uns immer die TH30, dann die Operator-Version für die Behörden, die noch einen Indoor-Modus haben wollten, das heißt Indoor, 300 Lumen, ich reduziere die Gefahr der Eigenblendung, wenn ich jetzt irgendwo reingehe und so weiter und so fort. Und dieses Konzept haben wir jetzt mit der TH30C vereint und fortgeführt. Okay. Jetzt muss man allerdings nicht eine zweite Lampe kaufen, wenn man die Operator haben will, sondern man geht her und kauft sich einen neuen Schalter. Das ist schlau. Da hat hier statt Strobe die Indoor-Funktion. Aha. Ja. Die Kollegin war so freundlich, hat was vorbereitet. Das heißt, normal sind 1600 Lumen. Ich wollte uns die sehr blöden. Halt ich mal so ein bisschen. Wenn du über die Messe jeden Tag machst, wirst du auch irgendwann verrückt. Wir haben ja schon ein paar Tage Messe hinter uns. Sondern kann auf Indoor, dann habe ich nur noch 300 Lumen. Hämmer ich jetzt den Strobe durch den Knopf. Für den Strobe habe ich 1600 Lumen Strobe mit variabler Frequenz. Warum variabel? Das ist einfach nochmal ein bisschen aggressiver dem Gegenüber. Es ist ein Mittel, um das Gegenüber ohne Gewaltanwendung ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen. Ja, verstehe. Und natürlich hat auch dieser Schalter das Batteriesystem mit dem Metallschalter. Ach, wie gut. Ach, wie gut. Also, als wäre das nicht noch genug. Ich komme mir schon vor wie auch ein Fischbad und der Almus auch. Genau. Haben wir diesbezüglich auch noch einen KISS Schalter entwickelt. Aha. Auf Nachfrage von der Behörde. Warum? Was heißt KISS? Keep it simple and safe. Ja. Das heißt, ein Schalter mit einer Lockfunktion, damit ich ihn auch überall am Plattenträger befestigen kann. Ohne, wenn ich mal drankomme, ohne zu blitzen. Okay. Wenn ich jetzt kein taktisches Holster, darauf zu kommen wir gleich, verwenden möchte. Und zwar, ich kann sie sperren, lock oder halt auch scharf machen vor dem Einsatz. Das heißt, ich schalte sie ein und dann habe ich nur noch Daumen drauf Licht, Daumen weg nicht. Okay. Ja. Mehr nicht. Ganz stumpf. Ich muss nicht nachdenken. Ich muss gar nichts machen. Ja. Einfach, wenn ich Licht brauche, Daumen drauf. Momentan Licht. Kann leuchten. Stammt aus. Zum Beispiel zum taktischen Navigieren unter Lowlight-Situationen oder, oder, oder. Ja. Sehr gut. Dann komme ich dazu, wo ich gerade die Brücke geschlagen habe, zu dem Schalter, wenn ich jetzt keinen KISS-Schalter habe, den ich sperren kann. Dann haben wir dieses Holster entwickelt, das kennen viele noch unter V31, wo der Knopf oben geschützt ist. Das heißt, auch da ist der Schalter geschützt. Ich kann die Lampe dann nicht mehr versehentlich einschalten, weil ich komme gar nicht auf den taktischen Schalter. Richtig gut. Richtig gut. Ja. Ich sage immer, bei mir gibt es immer so ein bisschen das Prädikat, Produkte aus der Praxis für die Praxis. Also wenn Leute, die was entwickeln, auch wirklich Ahnung haben, auch mal sich angeschaut haben, entweder weil sie einen eigenen Hintergrund haben oder weil sie sich zumindest mit dem jeweiligen Einsatzzweck vertraut machen, um dann eben Produkte rauszubringen, die funktionieren. Oder nicht im Grunde den Anwender dann im Stich lässt. Genau. Genau das ist ja der Knackpunkt. Bei dem KISS-Schalter habe ich gesagt, vor dem Einsatz, wenn ich die Lampe wahrscheinlich brauche, schalte ich die scharf und dann funktioniert der momentan, weil ein taktischer Schalter, ganz ehrlich, er muss immer instinktiv funktionieren. Das heißt, ich ziehe die Lampe, weil ich sie benutzen möchte und ich drücke den Knopf und sie funktioniert. Großartig. So, das ist der ganze Hintergrund, warum wir das so gebaut haben. Wenn man jetzt noch irgendwo hier einmal drücken, einmal drehen, zweimal klicken muss, um die Lampe zu aktivieren, ist das nicht mehr taktisch und auch einsatztechnisch nicht zu vertreten. Ja, das stimmt. Was neu ist. Noch eine Neuheit. Ich bin abgeschweift. Alles gut. Ein bisschen abgeschweift vom Thema. Der Vorderkörper ist V31, das kennt man schon. Haben wir auch schon lange vorgestellt mit dem Versenken-Knopf. Aber was neu ist, ist die Rückplatte. Weil wir liefern die TH30 mittlerweile sechs Jahre an Behörden aus, bekommen sehr viel Input seitens der einzelnen Anwender. Das landet bei uns nicht im Papierkorb, sondern wir lesen das wirklich, auch wenn es dann etwas dauert in der Entwicklung, weil wir wollen es ja richtig machen. Eure Holster sind ein wenig zu lang, wenig zu klobig. Könnt ihr das nicht besser machen? Ja, können wir. Es ist schlanker geworden. Es ist robuster geworden. Es ist jetzt nur noch eine Molle-Breite. Ja. Ja. Ich kann es nach wie vor 360 Grad drehen, wie ich halt möchte. Super. Und habe auch noch, wenn ich jetzt keine Molle verwende für den Einsatzgürtel, ist die Standardbreite. Und eine Gürtelreduktion, die eingebaut ist. Sehr gut. Dadurch ist es halt sehr kompakt. Ja. Richtig gut. Und das ist halt vom Tragekomfort her eine ganze Schippe draufgelegt. Richtig gut. Ach, ich mag das. Ich mag das wirklich. Egal in welchem Hintergrund, ob jagdlich oder Einsatzbedingungen. Du hast einfach Produkte da rausgebracht, die einfach funktionieren. Und wie du schon sagst, am Ende muss sich der Anwender einfach nur noch das Produkt nutzen, bedienen und sich selber keine Gedanken mehr über das Produkt machen, weil er weiß, es funktioniert, es passt, es ist alles durchdacht, es ist adaptiv. Ja. Wir wollten halt ein Paket schaffen, ein Baukastensystem, wo man sich seine Lampe, wie die TH30, sein Bedürfnis anpassen kann. Ja. Das hat ja damals mit dem Ring angefangen. Wo du meintest vorhin Fangschuss. Ja. Schießen mit Licht, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, ist immer sicherer. Für den Jäger, also für den Jäger halt die Montage an der Waffe nicht erlaubt. Genau. Hier kann ich einfach deswegen Ring, es ist kein Schlagring, es ist eine Führungshilfe. Ich kann die Hand benutzen, einfach die Lampe wegflippen, kann was aufschließen oder oder oder. Oder habe einen sicheren Griff mit der Schusswaffe zusammen, um einen sicheren Fangschuss anzubringen. So ist es. Auch für die Sicherheit gewährleistet. Ja. Weil Licht bietet halt eine ganze Ecke Sicherheit. Und ich komme aus einem Revier, wo ich sehr viele Wildunfälle leider managen musste in der Vergangenheit. Und auch da, also normalerweise, ich versuche immer die langen Waffen zu nehmen, aber es gibt Szenarien, da musst du auf die Kurzwaffe zurückgreifen und auch Wildunfälle sind 80% meiner Erfahrung in schlechten Lichtverhältnissen. Deswegen war der Ring, als ich den als Zubehör entdeckt habe, habe ich gedacht, das ist genau das Produkt, was du brauchst. Auch dort, Schlüsselwort Fangschuss mit der Büchse. Müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Ist auch eine, ja. Die erste Alternative. Kann ich aber genauso Büchse auflegen, leuchten. Ich habe mir die Lampe sicher in der Hand und kann auch so einen sicheren Fangschuss anbringen. Ganz großartig. Ganz großartig. Ein letzter Punkt. Was noch mehr? Klar. Ah, sehr gut. Jetzt aber wirklich das letzte Zubehörteil, was wir neu rausgebracht haben, ist ein Kabelschalter, nur der Vollständigkeit halber. Ja. Mit auch momentan Lichtfunktion, zum lautlosen Schalten und der Dauerlichtfunktion. Ich habe hier keine Leuchtmodi mehr oder oder oder, aber auch variabel durch das Spiralkabel verwendbar, hätten wir jetzt auch optional im Programm, sodass man sich wirklich aus diesem ganzen Zubehörteil für seine Bedürfnisse sich seine TH30 anpassen kann. Ja, das finde ich großartig. Am Ende werde ich manchmal ein bisschen sprachlos, weil ich dann schon irgendwie anfangen, irgendwie mir, ich glaube tatsächlich über sowas werde ich demnächst mal in euer Onlineshop stolpern, das ist keine Frage. Aber ganz, ganz großartig und ich finde es einfach immer schön, wenn es, wie ich schon sagte, aus der Praxis für die Praxis entstanden ist und du am Ende ein Produkt hast, was dich einfach begleitet und wo dir, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dir über deine Ausrüstung Gedanken machen musst, egal in welchem Szenario. Also die Ausrüstung muss funktionieren und das finde ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ist bei euren Produkten definitiv der Fall. Dankeschön und ich verspreche, wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln fleißig weiter, wir haben schon noch einige Neuigkeiten und Innovationen in der Pipeline, aber das erst nächstes Jahr. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns im nächsten Jahr spätestens wieder kurz schließen. An dieser Stelle aber erstmal ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir noch eine grandiose Messe, eine schöne IWA 2024. Vielen Dank, schön, dass du da warst und euch vielen Dank fürs Zuschauen und schaut mal bei Nexttorch auf der Website vorbei oder auf all4shooters, all4hunters, da gibt es auch noch ein paar spannende Artikel zu dem Thema.